Sie das erste Mal furzt. Oh nein, ist das gerade wirklich passiert? Haha, sie hat einfach ernsthaft gefurzt. Bisschen Lamm war da doch auch safe dabei. Oh man, ich will einfach nur im Boden versinken. Wie peinlich. Wie er wohl riecht? Oha, einfach rosa Blümchenduft. Geil. Riecht er es gerade wirklich und findet es nice? Zehn von zehn der Furz. Einfach eine Traumfrau, ich muss dich safe heiraten. Nochmal kurz riechen. Uah!